Wir bekommen jetzt Besuch. Es war gerade eben schon von Gravitationswellen die Rede. Wir bekommen jetzt Gruß aus einem ganz anderen Universum, quasi einem Paralleluniversum. Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, sondern unsere nächste Vortragende, die Monika. Sie wird, denke ich, gleich auch schon erläutern, warum sie das eigentlich als fremdes Universum uns gegenüber definieren würde. Ob wir das selber so sehen, bin ich mir noch gar nicht so sicher. Das diskutieren wir dann vielleicht gleich. Hast du den Adapter dran? Okay, es dauert immer einen kleinen Moment bis in Sicht. Das sieht aber schon gut aus. Du wirst uns etwas erzählen über Do-It-Yourself-Podcast und die Szene, die sich dort herumgebildet hat, von der wir vielleicht viel zu wenig auf dem Schirm haben. Vielleicht haben wir da so einen blinden Fleck und von daher freue ich mich ganz ausgesprochen, dass wir dich heute hier gewinnen konnten. Hau rein. Okay, danke schön. Ja, um im GEMA-Sprech zu bleiben. Nikolas und Melanie haben eben sozusagen den E-Teil der Podcast vorgeführt, den ernsthaften Teil. Ich habe zwar auch Physik studiert und Germanistik, aber ich beschäftige mich nebenberuflich, also im Hauptberuf mache ich Kommunikation von Technologieunternehmen. Im Nebenberuf kümmere ich mich mehr um den U-Teil, um Unterhaltung und Hobby beim Podcasten. Und ganz kurz ein bisschen, wo das Ganze herkommt, wo ich podcastmäßig herkomme, aber das ist auch relativ wichtig für die Herleitung zum Thema. Ich podcaste seit 2009, mehr oder weniger regelmäßig, manchmal auch zum Ungemach meiner Hörer, nicht ganz so regelmäßig, wie ich sollte. Und die große Leidenschaft oder eine große Leidenschaft von mir ist Fotografie. Kann man im weitesten Sinne vielleicht auch in das Thema DIY packen. Und als ich angefangen habe, mich für das Thema tiefer zu interessieren, habe ich mich auch viel im Podcast reingehört und habe festgestellt, irgendwie gibt es keine Fotografie-Podcasts, es gibt nur Kamera-Podcasts. Es wird also ständig darüber geredet, welches dicke neue Objektive es gibt, mit welchem Rohr ich durch die Gegend laufen kann und welche Kamera die meisten schwarzen Knöpfe hat. Und als ich dann meinen fotografierenden und podcastenden, naja, Lieblingsmenschen gefragt habe, sag mal, kennst du da irgendwas, was in andere Richtung geht? Sagt er, nö, mach selber. Habe ich dann gemacht. Daraus ist der Podcast Monis Motivklingel gewachsen. Und ja, gut, das Thema ist, der Podcast-Titel ist unter Umständen nicht so super sprechend, aber beschäftigt sich mit kreativen Themen und mit Bildgestaltung und Wahrnehmung und halt eben nicht mit Kameras. Und ich bin nicht stinkreich geworden mit dem Podcast, leider. Aber wenn man über ein Thema wirklich Leidenschaft hat und leidenschaftlich darüber podcastet und auch die Social Media damit bevölkert, dann kann einem passieren, dass man einen Buchvertrag angeboten bekommt. Und dann kann einem passieren, dass das Buch übersetzt wird und dass danach der zweite Buchvertrag kommt. Interessanterweise ist hier schon was passiert, was ich immer ganz spannend finde im Kreativbereich. Das ist ein Werk von Chris und mir, also 50-50 geschrieben. In bestimmten Bereichen unserer Community ist das aber Chris-Buch. Also nicht euer Buch, sondern Chris-Buch. Und als die Übersetzung jetzt rausgekommen ist auf dem amerikanischen Markt, war bei Amazon.com gelistet Chris als Autor. Und ich tauchte erst mal nicht auf, ich musste nachbohren. Warum ich das hier erwähne, das wird vielleicht später ein bisschen klarer. Naja, wenn ein Pärchen was zusammen macht und das Pärchen ist Podcaster, dann fällt natürlich hinten ein Podcast raus, ist völlig klar. Über unsere Buchprojekte und sonstiges quatschen wir dann auch noch in Abzug FM. So der Pärchen-Küchentisch-Quasel-Laber-Podcast. Naja, und zum Fotografieren braucht man ein ziemlich Licht. Und Licht hat man typischerweise an langen Winterabenden nicht. Und was tut Frau da? Frau fängt an, sich mit Stricken zu beschäftigen. Oh oh, da sind wir schon im gefährlichen Bereich gelandet. Ich habe erst gedacht, naja, Stricken machst du gerne, ist irgendwie relativ harmlos, muss auch nicht viel bei denken. Jetzt bin ich aber Nerd. Und Nerds merken relativ schnell, dass man den Dingen ganz besonders tief auf den Grund gehen möchte. Und so fing ich irgendwann an, mir zu überlegen, was macht eigentlich dieser Wollefaden da und wo kommt der her? Also das da, was da zu sehen ist, dieses Knoll kann man so nicht kaufen, das habe ich selber gemacht. Habe dann angefangen auch noch zu spinnen und habe dann gemeint, nun gut, wenn du schon Nerd ist, kannst du darüber auch podcasten. So kam dann der dritte Podcast dazu. Ganz interessantes Phänomen ist, was vielleicht vielen Frauen aufgefällt, wenn man sich mit etwas beschäftigt. Also ich nenne das eigentlich textiles Handwerk, was ich da tue. Die meisten würden das Handarbeit nennen. Und damit ist es nämlich wo gelandet? Im häuslichen Bereich. Und damit hat es welche Konnotation? Klar, die weibliche. Frauen stricken, Frauen häkeln und das ist alles so ein bisschen loopy. Und den Mechanismus, dem fiel ich auch gleich zum Opfer. Meine Community aus der Fotos, dem Fotobereich sagte dann, aha, jetzt strickst du also nur noch. Und ganz interessanterweise wird als Frau, das was ganz oft auffällt, sobald man offiziell sagt, dass man irgendwas in dem Bereich gerne macht, fällt alles andere hinten runter, was man jemals gekonnt oder getan hätte. Ich habe Physik studiert, interessiert keinen mehr. Ich stricke ja. Ich habe einen Fotografie-Podcast, interessiert auch keinen mehr, weil die Frau handarbeitet ja. Nur nochmal zur Erinnerung, da. Ich trage Großformat-Kameras durch die Gegend, ich fotografiere auch. Kann man jetzt ein Problem meiner Profilneurose nennen? Ich glaube, es hat was mit Schubladen zu tun. Und wir kennen uns beim Podcasten ja besonders gut aus mit Nischen. Und Schubladen haben, glaube ich, verdammt viel zu tun mit Nischen. Deshalb mal zurück zum Thema. Wir waren bei DIY. Da muss ich zuerst ein Disclaimer vorausschicken, den DIY-Podcast, den gibt es so nicht. Und deshalb muss ich mich gleich auf einen Teil davon konzentrieren, von dem ich was verstehe. Aber ich habe mal geguckt, was haben wir denn so im Bereich DIY? Und da haben wir zum Beispiel die, die sich selber als Nähnerds bezeichnen würden. Wir haben Hobbyköche, wir haben Maker. Interessanterweise, die ach so umfassende Maker-Szene, die hat ja ein Zentralorgan, das Make Magazine. Und das definiert Makertum wie folgt. Computer, Robotik, Metallarbeit, Holzarbeit. Merkt da selbst, ne? So heißt das nur so schön auf Twitter. 2006 haben die alles, was in irgendeiner Form mit Handarbeit konnotiert sein könnte, aus dem Magazin ausgegliedert, in ein Craft-Magazin. Hat sich angeblich nicht verkauft. Dann haben wir die Ikea-Hacker, so aus dem Bereich Wohnen. Das ist auch DIY. Wir haben die Faser-Nerds, zu denen ich mich zählen würde, die sich mit so Themen wie Stricken, Spinnen, Färben und so weiter beschäftigen. Und wenn man jetzt mal guckt, in welchen Schubladen oder Kategorien finde ich die denn bei iTunes, dann finde ich das sehr interessant. Die Nähnerds, Hobbys und Spiele. Die Hobbyköche, die machen Kunst. Die Maker machen natürlich Technologie und Geräte. Die Faser-Nerds sind wieder im Hobbybereich. Und die Ikea-Hacker, also zum Beispiel hier Detektor-FM, die machen Bildung und Training. Hier scheint es eine tiefe Diskrepanz darin zu geben, zwischen wo will ich gefunden werden und wie will ich gesehen werden. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, meinen Podcast einzusortieren, wo ich wahrscheinlich gefunden werde. Aber vielleicht sollte ich mich mit einem Lifestyle einsortieren oder sowas. Hört sich jedenfalls besser an, wäre auch besser für meine Profilneurose, für die erwähnte. Ja und den kuratierten Podcast-Verzeichnissen, wie sieht es denn da aus? Weil da ist es ja wahrscheinlich ein bisschen anders. Gut, wenn man Computer und Technologie macht, Check ist man drin. Männer reden über Technologie, kein Thema für ein kuratiertes Verzeichnis. Männer stehen am Herd und kochen. Die meisten Hobby-Koch-Podcasts sind momentan von Männern gemacht. Check, drin. Ich habe lange gesucht zum Thema Nähen in kuratierten Verzeichnissen. Ich habe nichts gefunden. Von meinen Mit-Podcasterinnen aus dem Faserbereich hat es genau eine in ein kuratiertes Verzeichnis geschafft. Ich weiß von ungefähr 20, die zusammen mit mir auf diese Verzeichnisse stromgelaufen sind. Wir haben doch nicht mal eine Absage bekommen. Wir sind einfach nicht aufgetaucht. Und auch auf Nachfrage. Ich meine, ich kann das akzeptieren, wenn einer sagt, du Stricken finde ich doof. Aber dann hätte ich das schön gefunden, wenn man mir das ins Gesicht gesagt hätte. Ich habe nichts gehört von all dem. Und das finde ich interessant. Ich meine, gut, niemand muss das Thema lieben. Das sage ich auch gar nicht. Aber ich habe ein ernsthaftes Problem damit, wenn wir denken, dass wir gewisse Bereiche unserer Zielgruppen oder möglichen Zielgruppen als Podcaster nicht erreichen. Und dann lassen wir ganze Gruppen von Themen außen vor. Denn ich weiß zum Beispiel von meinen Hörern und Hörerinnen, dass die auch die Freakshow hören oder die hören auch Wind. Warum sollte ich ein separates Verzeichnis nur für Hobby-Podcast schaffen? Interessanterweise ist es ja nicht so, als würde die deutsche Podcast-Landschaft zum Hobby machen in den Keller gehen. Es ist nämlich kein Problem mit Grill-Podcast, Spiele-Podcast, TV-Serien-Podcast oder sonst irgendwas in ein kuratiertes Verzeichnis zu kommen. Wenn das aber was mit Handarbeiten zu tun hat, scheint es ein Thema zu sein. Ich kann nicht verhehlen, dass ich da so ein klein bisschen stinkig drüber bin. Übrigens, interessanterweise war Stricken mal eine reine Männerdomäne, als es anfing. Ich glaube, wenn das heute noch so wäre, sähe das da anders aus. Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, in kuratierte Verzeichnisse zu kommen, ist ein Glücksspiel oder halt einfach gar nicht möglich. Das ist ziemlich schade, aber das tut der Szene in dem Sinne mal keinen Abbruch. Sie existiert tatsächlich. Sie könnte natürlich eine wesentlich breitere Zielgruppe haben, aber lebendig sind sie trotzdem. Und ich gucke jetzt mal genau auf den Bereich, mit dem ich mich ein bisschen besser auskenne. Ich meine, ich koche auch gern, das sieht man auch, aber im Bereich Podcast kenne ich mich eben ein bisschen mit den Faser-Podcasts aus. Also zurück zu den Schubladen und den Vorurteilen. Vorurteil Nummer eins, habe ich mir nicht ausgedacht, ist mir tatsächlich genauso entgegengebracht worden. Ach ja, und dann monologisiert er eine zwei Stunden lang überstricken. Kann man sagen, und wenn es so wäre, wäre das tatsächlich so tragisch? Aber interessanterweise, nein, wir reden auch über Themen wie Brückenbau. Die Tragseile von großen Hängebrücken sind nämlich gesponnen. Oh Wunder. Wir reden über Feminismus, durchaus. Urbane Selbstversorgung oder zum Beispiel auch Sprache. Textiles Handwerk, Text und Textil haben einen gemeinsamen Wortschatz, äh Wortstamm. Textiles Handwerk ist sehr, sehr tief in unsere Sprache eingeflossen. Vom alten Knacker bis über das Nähkästchen, aus dem geplaudert wird, den roten Faden, den die Geschichte hat. Oder auch die Gardinenpredigt, die sich der Herr abends abholen kann, wenn er besoffen nach Hause kommt. Das heißt also, textile Themen geben extrem viel Bandbreite her. Und deshalb ist es eben nicht so, dass zwei Stunden lang nur über Stricken gesprochen wird. Dann Leute, die gerne stricken, reisen auch gerne und viel. Und reden auch viel über Produktfotografie zum Beispiel, weil wie man sehen kann, ein Wollknäuel schön zu fotografieren, muss man auch erstmal hinkriegen. Und dann haben wir noch so Themen wie Geschichte oder Politik. DIY-Themen sind streckenweise hochpolitisch, wenn es darum geht, sich zum Beispiel gängigen Schönheitsidealen, die sich in Klamottengrößen und Klamottenschnitten wiederfinden. Also wenn man sich dagegen stellen will, dann macht man seine Sachen in der Regel selber. Das ist ein Anliegen bei den Nähnerds zum Beispiel. Wie gesagt, Politik spielt an mehr als einer Stelle mit rein. Oder ja, da podcasten Hausfrauen für Hausfrauen. Ja, wenn es denn so wäre. Ich weiß, sowohl in der sendenden als auch in der hörenden Fraktion habe ich Juristen und Juristinnen, Ingenieure, Ingenieurinnen, ArchitektInnen, HandwerkerInnen, ÄrztInnen, OptikerInnen, ManagerInnen und so weiter und so fort. Ich habe genderqueere Personen in der Hörerschaft. Also man kann weder sagen, es sind nur Frauen, noch sind es nur Männer. Man kann auch keine beruflichen Schwerpunkte setzen. Also das sind wahrscheinlich in großen Teilen auch eure Hörer, die sich da rumtreiben. Um es zusammenzufassen, FASA-Podcasts mögen eine Nische sein, aber sie passen einfach nicht in eine Schublade. Und es gibt so ein paar Ansätze, die ich wahrscheinlich deshalb, weil wir so eine Nische sind, die sich herausgebildet haben, die ich ganz interessant finde, die ich mit euch mal teilen wollte. Der Shared-Community-Ansatz ist in der FASA-Community oder FASA-Nerd-Community ein sehr wichtiger. Denn interessanterweise ist der Rückkanal für viele Podcasts aus dem FASA-Bereich eben nicht das Blog, das WordPress, sondern ein zielgruppenspezifisches soziales Netzwerk. Sowas gibt es nämlich in dem Bereich. Und das gibt es seit 2007. Es nennt sich Ravelry. Ich sage es ganz ehrlich, das Layout ist nicht meins, aber ich beschäftige mich beruflich mit diversen sozialen Netzwerken, sozialen Plattformen auch im Enterprise-Umfeld. Und ich habe noch nicht viele soziale Netzwerke oder Plattformen gesehen, die von der Funktionalität derart ausgereift sind. Diese Plattform wurde 2007 gegründet von Casey und Jessica Forbes. Sie strickt und häkelt halt gerne und er ist ein Code-Monkey, so bezeichnet er sich selber. Und die haben das Ding aufgesetzt und den sind die Leute in der kürzesten Zeit die Bude eingerannt. Die haben bis heute nur vier Mitarbeiter, über sechs Millionen registrierte Nutzer und Nutzerinnen, 36.000 Gruppen, in denen diskutiert wird und mehr als 5.500 Freiwillige, die sich dafür darum kümmern, dass die Netiquette eingehalten wird, dass es kein Hate-Speech gibt, dass die Datenbanken up-to-date sind und so weiter und so fort. Und das ist tatsächlich mehr als nur ein Facebook. Das ist ein Journal und eine Materialsammlung und was auch immer eine Datenbank für Projekte, für Materialien, eine gigantische Bibliothek und natürlich ein riesiges Diskussionsforum. Und das Interessante ist tatsächlich, auf dieser Plattform gibt es so gut wie kein Hate-Speech. Das ist was, wo sich glaube ich Facebook die eine oder andere Scheibe von abschneiden könnte, Twitter, wie wir wissen auch. Und auch da wird sich nicht nur über Wolle unterhalten, aber weil die, die diese Plattformen, die da reingekommen sind, die sich einen Account gemacht haben, sind aus einem bestimmten Grund reingegangen, die sind mit einem Kontext da reingegangen, nämlich ursprünglich mal eine gemeinsame Leidenschaft zu haben. Inzwischen unterhält man sich dort oder Frau auch über Fotografie, über Gesundheitsthemen, über technische Themen. Da gibt es auch wirklich ab und zu richtig die Nerd- und Hacker-Communities, da gibt es querfeministische Communities. Aber weil alle unter demselben Kontext da sind, ist die Gesprächskultur eine ganz andere als teilweise in den großen Plattformen wie Facebook. Vermutung also, warum funktioniert es dort? Weil die Community eher klein ist, weil sich alle unter einem bestimmten Kontext treffen und weil es virtuell und in real life extrem viele gemeinsame Aktionen und Treffen gibt. Also ich kann das sagen, die Gruppe der Faser-Nerds, in denen ich mich umtreibe, von 30 bis 33 deutschen Faser-Podcasts, die treffen sich in verschiedenen Gruppen fast einmal im Monat. Also das ist wirklich eine extrem aktive Community, die auch den Schritt raus aus der virtuellen Welt geschaffen hat. Und damit kommen wir dazu, Shared-Community noch ein bisschen enger einzufassen. Innerhalb dieses Netzwerks, dieses, ich sage es in Anführungszeichen, Facebooks für Handarbeit, Freundinnen und Freunde, gibt es die Gruppe Podcasting auf Deutsch. Und da, die teilen sich rund 30 deutsche Faser-Podcasterinnen und Podcaster für die Ankündigung und Feedback von und zu Episoden, für gemeinsame Aktionen, für Diskussionen, für Show and Tell. Also die wenigsten dort haben eine eigene Gruppe. So hier, mein Reich, mein Rasen, mein Garten. Sondern ungefähr 33 haben dort eine Gruppe und tun die Dinge gemeinsam. Und das führt natürlich dazu, dass es extrem viel Cross-Marketing-Effekte gibt. Das heißt, wenn jemand auf einen Podcast neu stößt und gehört in diese Gruppe eingeladen, weil es im Podcast einfach ständig erwähnt wird, dann sieht er sofort alle anderen. Also was hier als Zitat steht, ich habe den einen Podcast gefunden und habe jetzt plötzlich gemerkt, es sind ja noch viel mehr, da höre ich mich jetzt komplett durch. Das ist an der Tagesordnung. Diese Bemerkung fällt quasi einmal täglich. Was auch passiert ist, Melanie hat es eben so schön gesagt, die beste Werbung für Podcasts ist, wenn man sich gegenseitig empfiehlt. Es gibt in diesem Bereich extrem viel Cross-Referenzen. Einer greift ein Thema auf. Ich sagte das schon, textiles Handwerk ist ein sehr technisches Thema, auch wenn das für jemanden, der es nicht betreibt, vielleicht nicht offensichtlich ist. Aber ich kann zum Thema Spinnen beliebig lange abgiegen und da greife ich ein Thema auf. Der zweite sagt, ich sehe das aber komplett anders. Ich würde das so und so machen. Der dritte fasst es nochmal im dritten Podcast zusammen und so spielt so ein Thema Ping-Pong. Und es wird dann ganz viel hin und her referenziert. Das fand ich gut, das fand ich schlecht, den Ansatz würde ich anders sehen und und und. Ganz besonders geht das dann natürlich auch noch, wenn es um politische Themen geht, die halt wirklich jeder dann was zu sagen kann. Also Cross-Referenzieren ist an der Tagesordnung in der Community. Und unsere eigenen kleinen Podcast-Partnern haben wir quasi auch. Es ist extrem interessant, wie niedrig die Schwelle ist, vom Hörer zum Sender werden zu wollen in dieser Community. Erst letzte Woche sind zwei neue Podcasts online gegangen von Leuten, die einfach gesagt haben, ich muss das auch mal probieren. Also ich finde das irgendwie cool. Ich mache das jetzt auch mal. Und dann werden Fragen gestellt, so auf einem sehr niedrigen technischen Niveau. Welche Plattform benutzt du? Ja, ich benutze Podigy, funktioniert gut. Oder ich habe mal eine Frage an die Video-Podcaster. Und weil das Ganze extrem angstbefreit passiert, wird dann einfach mal losprobiert. Und das wird dann halt über die Zeit optimiert. Aber es ist erstmal keiner da, der sagt, du musst das und das und das erstmal können, sondern das sind deine Optionen, fang an. Und wenn das dann am Anfang auch mal nicht so gut klingt, wird eigentlich nie irgendjemand in mein Auge ausgehakt, sondern man arbeitet sich gemeinsam weiter vor. Ja, und gemeinsame Aktion, das habe ich gesagt, ist ein ganz wichtiger Bestandteil, warum diese Community so gut funktioniert, wie sie funktioniert. Und da wollte ich mal ein ganz besonders nerdiges Beispiel vorfüllen. Stammt nicht aus der deutschen Faser-Community, aber die Referee-Betreiber haben sich, ich weiß gar nicht, wann sie es angefangen haben, was ausgedacht. Und zwar gibt es einen weltweiten Spin-Along, der findet jedes Jahr statt. Ein Spin-Along ist etwas, wo Menschen, die gerne spinnen, parallel an selbstgesteckten Zielen, eigenen Projekten, dem Erlernen neuer Techniken oder was auch immer arbeiten. Und dieser findet immer parallel zur Tour de France statt. Deshalb heißt der Tour de Vlies. Und da wird ein Monat lang gesponnen. Man könnte sagen, wie die Wahnsinnigen gesponnen. Und zwar ist das Aufhören nur dann erlaubt, wenn die Tour de Vlies auch pausiert. An allen anderen Tagen wird gesponnen. Und an den Tagen, wo besondere Bergetappen sind, nimmt man sich eine besonders schwierige Technik vor und challenged sich selber. Und an Ruhetagen darf man Ruhepausen machen. Und die Damen und Herren, die da mitmachen, organisieren sich typischerweise in Teams und reporten ihre Fortschritte in einem großen Forum genau zu diesem Event. Und wie gesagt, es geht um gemeinsames Lernen. Also stecke dir ein Ziel, lerne was Neues, arbeite an besonderen Projekten und habe besonders viel Spaß und berichte davon in Wort und Bild. Und eins der Teams, an denen sich die deutsche Community ursprünglich mal orientiert hat, ist das Team Sasquatch gewesen. Das Team der amerikanischen Podcasterinnen, Faser-Podcasterinnen und Faser-Podcastern und ihrer Hörerinnen. Die sind, ich weiß gar nicht wann, 2009, 2010, das erste Mal als Tour de Vlies Team angetreten. Daraufhin haben die deutschen Podcasterinnen gesagt, können wir auch. Unseres heißt dann Team Yeti. Und stellte sich heraus, ein extrem gesprächiges Team. 2015 haben wir die Teamwertung gewonnen mit 6200 Foreninteraktionen in einem Monat. Das muss man sich vielleicht umgerechnet vorstellen wie ein Hackathon, nur am Spinnrad. Aber gemeinsame Aktionen schaffen tatsächlich Zusammenhalt. Und Zusammenhalt ist etwas, was sich sehr, sehr auf etwas auswirkt, was ich als Podcasterin brauche, wie die Luft zum Atmen, nämlich Feedback. Sowohl in Quantität, auch in Qualität ist das in der Faser-Community extrem ausgeprägtes Feedback. Und interessanterweise kommt das meiste übrigens nicht auf dem Blog rein, sondern über Ravelry. Und bevor noch die Kommentare auf den Shownotes kommen, kriegt man oft direkte Rückmeldung via Plattform.dm. Und ich habe jetzt mal, weil ich das weiß, meine eigene Statistik genommen. Also ich sage jetzt mal, gegenüber einigen anderen Podcasts, die hier am Start sind, habe ich mit 1600 Downloads wahrscheinlich nur so eine mäßige Reichweite. Aber ich bekomme pro Folge mehrere DIN-A4-Seiten-Feedback. Ich kann das in der Regel, könnte ich das ausdrucken, wäre das so eine kleine Bachelor-Arbeit. Und das sind um und bei 50 Reaktionen je Folge, die ich bekomme. Und halt eben nicht wie dreizeilig, sondern streckenweise, Christa hat es auch schon gesehen, halbe bis DIN-A4-Seiten-Länge. Und da sind dann so Dinge drin, wie Anmerkungen zum Inhalt, Lob und Kritik, Themenwünsche, Hörerinnenfragen und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich das, was den Podcast am Ende für mich eben nicht zu dem Podcast, den ich am schnellsten produziere, gemacht hat, sondern zu meinem mit Abstand aufwendigsten, weil ich natürlich permanent interessante Themen reingeworfen bekomme, die ich vielleicht selber noch nicht auf dem Schirm hatte, den ich dann aber natürlich unpetent nachgehen muss. Speaking of Neudismus. Ja, und wie sieht sich die FASA-Community selber? Ich habe da ein sehr schönes Feedback bekommen von einer Hörerin. Eure ganze Vorbereitung, Aufarbeitung von Themen, Produktion, der Aufnahme etc. sind schlichtweg großartig. Ihr macht phänomenale Podcasts und wenn nochmal jemand was von Bastelcast sagt, dreh dich ihm vor Schienbein. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank. Wir haben noch Zeit für ruhig so drei, vier Rückfragen. Eine käme mal direkt von mir. Am Anfang hattest du ein bisschen beschrieben, euren etwas schmerzhaften, um nicht zu sagen, komplett erfolglosen Prozess in kurierte Verzeichnisse reinzukommen. Interessiert sich da noch wer für? Also klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber als ich noch aktiv gepodcastet habe damals, da war es wichtig, dass wir in iTunes waren und in Google gefunden werden und alles andere war irgendwie so nett, wenn man da auftauchte, aber im Prinzip guckt doch da irgendwie niemand rein. Also schmerzt euch das ernsthaft so sehr, ob ihr jetzt in irgendeinem beliebig nicht relevanten Teil gelistet seid oder nicht? Sag mal, ob das relevant ist oder nicht. Zuerst mal ist es eine Form von Anerkennung und Wertschätzung. Und die wird einfach nicht gezollt. Damit, dass mir jemand sagt, nee, noch nicht mal sagt, sondern einfach nur nicht mit mir kommuniziert, ist das aus meiner Sicht schon mal eine Wertschätzung, die einfach nicht gezollt wird. Das ist das Erste. Dann ist es auch so, wenn es Kategorien in iTunes gäbe, in denen ich mich wirklich wiederfinden würde, denen ich sagen würde, ja, da gehört das auch rein, außer nur Spiele und Hobby, das ist meiner Sicht nämlich ein bisschen kurz gesprungen, dann würde ich sagen, da hast du recht. Also wenn ich das Gefühl hätte, ich kann mich dort Kategorien zuordnen, die wirklich was damit zu tun haben, was ich da auch abfeiere im Podcast, dann wäre das wahrscheinlich weniger schlimm. Aber ich empfinde Empfehlungen, also auch Kuration immer noch als etwas total Wichtiges. Ich kuratiere auch selber Themen in meinem Podcast und finde es daher total schade, wenn der Weg verschlossen ist. Wobei, um mal gleich in so etwas wie eine kleine Mini-Debatte reinzugehen. Du sagst ja, ich glaube völlig zu Recht, ihr seid nochmal so die Spezial-Nische der Nische. Nische unter den Nischen, ja. Also eigentlich, wenn man jetzt das iTunes-Problem nimmt, müsste man doch dann aber mal wirklich eine saubere Klassifizierung drüberlegen. Also gut, ich komme jetzt aus dem Bibliothekskontext, da wollen wir sowas natürlich sofort und vollumfänglich. Aber in iTunes hat nun halt irgendwie viele Kategorien, acht oder zehn oder sowas. Dass da jetzt halt Do-It-Yourself nicht auftaucht, dafür habe ich auf der anderen Seite auch ein bisschen ein Verständnis, weil dann müssten halt auch noch 50 andere Nischen da genauso auftauchen. Also entweder man macht es dann richtig mit einer sauberen Klassifizierung oder man macht halt ein sehr, sehr grobes System und dazwischen wird halt immer wer runterfallen. Also das würde ich an eurer Stelle überhaupt gar nicht so persönlich nehmen. Ich meine, ihr habt doch den Erfolg, aber gut. Ja, ich würde auch ein bisschen daran, also mich würde erst mal interessieren, um welche kuratierten Podcast-Verzeichnisse es sich hierbei eigentlich handelt. Ich kenne auch sehr wenige aktive Podcast-Verzeichnisse, auf die ich in irgendeiner Form mal hingewiesen werde. Also ich habe zumindest, weil die drei versucht, die hier auch im Sendegate gelistet sind, also Podlist, Hörsuppe und 99 Podcast heißt der, glaube ich, sind aus meiner Sicht kuratierte Verzeichnisse und auch alle drei nicht offiziell tot. Okay, ich kenne sogar nur die Hörsuppe. Bei der Hörsuppe, gut, leider ist Christian nicht da, war, glaube ich, die Ansage immer so, meine persönlichen Lieblings-Podcasts ist sozusagen die Kategorie gewesen. Das ist halt auch so ein bisschen das... Sein Filter war, er muss sie selber hören. Du, ich verstehe das vollständig. Wir haben nur, also ich würde auch, wenn das mein Hobby-Projekt wäre, so ein kuratiertes Verzeichnis zu machen, würde ich auch genau die Sachen reinnehmen, die ich reinnehmen möchte. Der Punkt ist nur, wir diskutieren immer und immer wieder, wie wir aus Nischenthemen rauskommen. Und dann ist es wie ein bisschen beim Befördern. Ich befördere immer nur die, die ich selber gut kenne, nämlich weiße Männer. Ich spitze es jetzt absichtlich zu, ja, ich bin eigentlich keine Kampffeministin. Aber ich habe das Gefühl, da sind dieselben Mechanismen zugange. Hobby-Themen sind okay, kommen rein, kommen auch neue rein, solange sie in ein bestimmtes Raster fallen. Wie gesagt, Sci-Fi-Fernsehserien, Games-Podcasts, Brettspiele, Grillen, funktioniert. Ja, also ich will dir noch gar nicht widersprechen. Das ist definitiv ein Problem. Und sehr schade, dass Christian nicht da ist, weil er jetzt gerade ein neues universelles Podcast-Verzeichnis gestartet hat mit diesem merkwürdigen Namen FIT, den er uns hier hätte mal erklären können, aber auch die Gelegenheit bietet sich jetzt leider nicht. Sollte sich das in die Richtung entwickeln, wie wir das auch schon mal konzeptionell angedacht haben mit der Matrix, wäre es halt überhaupt schön, es ist jetzt mehr so ein Aufruf an euch alle, sozusagen dafür zu sorgen, dass diese Systeme APIs haben und dass quasi sich jeder selber so ein kuratiertes Verzeichnis einfach aus einem bestehenden Verzeichnis herausklicken kann, ohne dass man eben diesen Softwareaufwand hat, weil das ist natürlich jetzt nicht jedermanns Sache. Ich habe noch eine zweite Frage und zwar die Nutzung von Revelry als Community ist ja, wenn ich das richtig sehe, eine geschlossene Community, wo man quasi nur angemeldet... Man muss nur einen Account machen. Genau, aber es gibt keine Teilnahme ohne Account. Richtig, man kann inzwischen Sachen nach draußen scheren, dass sie sichtbar sind, aber das bezieht sich nicht auf Diskussion. Okay, wie postest du... Also heißt das, dass wenn du eine Sendung machst, dass du dann explizit in das Forum gehst und dann dazu sozusagen nochmal einen Post machst? Da gibt es keinerlei Automatisierung? Nein, leider nicht. Das ist eine Arschvoll Arbeit, wenn man das wirklich überall machen will, wo es relevant ist. Also ich habe hauptsächlich halt einen WordPress-Blog, wo dann auch über Podlove, Player... Ich nehme an, du weißt jetzt nicht, ob so eine technische Möglichkeit dort bestünde? Ich weiß von keiner API. Auch die amerikanischen Podcasterinnen machen es alle nicht und die haben teilweise einen sehr direkten Draht auch zu Casey, zu dem, der das weiterentwickelt. Und ich wüsste nicht, dass es dann eine API gäbe. Ich mache auch keine... Oder ich kenne kaum einen, der auch die Shownotes reinwirft. Das ist eigentlich nur eine Ankündigung mit einem Link aufs Blog. Es gibt eine neue Episode. Und der Feedback-Kanal ist halt darüber dann offen. Genau, also aus der Perspektive von Podlove kann ich nur sagen, so solche Communities wichtig sind und solche Mechanismen des automatischen Veröffentlichens böten, wäre es im Prinzip keine große Arbeit, also immer noch eine Arbeit, aber zumindest eine leistbare Arbeit, so etwas zum Beispiel auch in unsere Publishing-Tools mit einzubauen, dass man da quasi so eine Automatik hat und vielleicht im besten Fall sogar diese Threads auch automatisch mit einblendet. Das fände ich super, aber leider stoße ich immer wieder bei diesen Foren darauf, dass sie quasi nur in sich selber existieren und eben so eine Integration mit anderen Webseiten nicht so ohne weiteres möglich machen. Ich frage da gerne mal dumm nach. Genau. Wir haben noch Fragen aus dem Plenum. Vielleicht eher eine Anmerkung. Erstmal fand ich den total geil, den Vormittrag. Sehr cool. Einfach, weil das auch so ein Punkt ist, was du jetzt, vieles, was du erwähnt hast und auch diesen Wahrnehmungsmangel oder vielleicht die Unbereitschaft, sich auch mal zu öffnen für diese Themen und zu sagen und zu anerkennen, die gibt es da nämlich auch und da ist eine relevante Zielgruppe, die dahinter steckt, ist vielleicht auch ein Problem, warum wir nicht so richtig aus dem Tee kommen mit Zielgruppen vom Podcast. Also das ist, was ich jetzt immer wieder in meinen Vorträgen auch versucht habe zu erwähnen, wenn man das ein bisschen mehr pusht oder wenn man das auch ein bisschen mehr als relevante Themen begreift, die befördernswert sind oder denen man eben nicht absprechen muss, dass sie nicht zum Podcasting gehören oder dass sie nicht irgendwie relevant wären, dann würde sich vielleicht auch auf Dauer die Zielgruppe für Podcasts und für Leute, die diese Audio-Medien hören, ein bisschen verändert und das finde ich, diesen Punkt, den hast du super gemacht und das möchte ich sehr, sehr, sehr unterstützen. Dankeschön. Ich fand das auch ein wahnsinnig spannendes Referat. Ich möchte eine kleine Bemerkung machen. Aus meiner Wahrnehmung ist gerade das textile Handwerken in Anführungszeichen so in den letzten zehn Jahren sehr stark eigentlich in die DIY-Szene auch reingekommen und ich habe mich ja mit dieser Szene befasst. Wir haben auch drei Bücher geschrieben darüber und eine meiner freien Mitarbeiterinnen war und ist die Verena Kuhni und die hat beim O'Reilly Verlag ein Buch gemacht, das heisst Häkeln und Stricken und beschäftigt sich ebenso mit dem geekigen, nerdigen Approach an dieses Häkeln und Stricken. Danke für den Interview-Tipp, die werde ich dann mal anfangen. Die ist selber eine ganz aktive Radio- und Podcasting-Frau, also die freut sich auch wahnsinnig, wenn sie da auch beachtet wird und da gibt es ja auch das Guerilla-Nitting, also du kennst das sicher mit diesen lustigen Mützen, die da plötzlich an den Kandelabern auftauchen und so weiter. Also ich möchte dem einfach ein Stück weit widersprechen, die Wahrnehmung über das Thema textiles Werken scheint mir, hat sich in den letzten zehn Jahren stark verändert und für mein Gefühl wurde das stark auch in diese, ich will jetzt nicht den Begriff Maker-Szene benutzen, weil das ein bisschen besetzt ist, aber in diese DIY-Szene und eben auch in diese Nerd-Szene integriert. Aber ich denke, es ist immer gut, wenn man auf diese Stereotypen aufmerksam macht, weil ich kann das durchaus nachvollziehen, also ich finde das auch schlecht, wenn das so klassifiziert ist, wie du das gezeigt hast. Okay, dann vielen Dank nochmal für diesen super Talk und Applaudissements Applaudissements